Ich begrüße noch mal eben kurz auf YouTube, ne? YouTube Minasan, Kronbawa, Kionos, Durimunaka, Episododaketes, Keredemo. Äh, genau, also, ich nehme es halt abends auf, deswegen habe ich gerade Kronbawa gesagt. Und, ähm, ja gut. Das war übrigens eine supergeile Begrüßung mit Luffis Rücken. Egal, ähm, heute bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir Wani endlich besiegen werden. Und, ach, wir müssen da raufgehen. Das machen wir direkt mal. Okay, hey, das ist die Truhe. Ich dachte, hier geht es jetzt weiter irgendwie, dass wir jetzt zum Muzzle... Ja, was? Echt? Also, ich würde fast sagen, das ist eine Falle oder was, aber okay. Ich trabe mal der Könige Uf hier, Kammer der Heiligen Bestie. Ich hätte... Okay, Heilige Bestie heißt für mich aber eigentlich... Wie ist denn in Hogwarts? Cool. Nein, ähm, sorry. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum, warum gibt es hier keinen Boden? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Egal. So ein Tuch hat das definitiv keiner gebaut. So ist das nicht. Egal, äh, ich würde sagen, das ist eine Falle, weil ich hätte gedacht, wir kommen jetzt hier in den Ort, wo wir dann Wani, äh, gegen Wani kämpfen. Ähm, aber, ne? Okay, was passiert jetzt gleich? Also, wir haben jetzt einen Schlüssel erhalten, auf jeden Fall. Na, na klar. Na gut, egal. Das macht nichts. Okay. Also, einfach ein paar Gegner. Oh mein Gott, boah. Hm. Ja, das würde ich genau so machen, Luffy. Ich bin genau, ich bin ganz bei ihm. Weil, ganz ehrlich, komm. Die sind, glaube ich, sowieso nicht mehr. Also, es sind bestimmt welche dabei, die auch bestimmt wieder so eine starken Attacken haben, aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Ist erstmal nach da. Einfach, einfach gerade auslaufen. Okay, let's go. Let's go. Erstmal gegen den Naken, wo kommen wir? Reda, Mäusi. Und die Kiste ist auch wieder respawned, weil wir neu geladen haben. Na klar, bei Nami wieder. Natürlich. Ja, ja. Ja, wenn du dann wenigstens schon Attacken könntest, die auf alle gehen. Aber kann er halt immer noch nicht. Es ist nur... nur bedingt nervtötig. So, die sind aber offenbar sehr, sehr stark. Ja, aber wir haben den Kugel jetzt abgezogen schon mal. Ja, aber wir haben den Kugel jetzt abgezogen schon mal. Ja, so. Ihn können wir wahrscheinlich relativ schnell mit sowas hier ausschalten. Also, da können wir halt noch ein Mal angreifen. Da ziehen wir eben, glaube ich, genauso viel ab. Als wenn wir mit einer Super-Attacke angreifen, weil... da würden wir nur SP vergolden. Das macht einfach, ehrlich gesagt, keinen Sinn. Das müsste auch ausreichen. Na bitte. Und zwei weg, ne? Oh, beide! Geil! Sanji, du hast es drauf, Junge. Du hast es einfach drauf. Ich kriege wieder übelst fett in Bonos rein. Warte mal, wir können jetzt Zorro nehmen. Da ist ja nichts hier drin. Ach, da macht es ja gar keinen Sinn. So, davor sind die jetzt alle. Aber das macht nichts. Wir können mit ihm erst mal hier ein Gatling machen. Wir können mit ihm erst mal hier ein Gatling machen. Wir können mit ihm erst mal hier ein Gatling machen. Ähm, wir machen mal das hier. Und mit, ähm, Chopper müssen wir dann erst mal kurz, äh, Sanji ein bisschen heilen. Ähm, warte mal, ich will erst mal Chopper haben. Ähm, warte mal, ich will erst mal Chopper haben. Ach so, mit ihr können wir ja gerade nicht. Wir können gerade nur noch mit Sanji. Wir machen trotzdem nur normalen Angriff. Obwohl, wir haben die SP vorher. Wir können irgendwas Gutes machen. So schwer ist jetzt einer weg. Wir müssen Nami auf jeden Fall unbedingt heilen. In der nächsten Runde. Machen wir, glaube ich, gleich als erstes, würde ich sagen. Warte, nee, warte, nicht Pflege, sondern nur das. Das reicht aus. Sehr gut. Riese abgewendet. Naja, und er hat sich dem nicht so wirklich fass ab. Oder, wir machen die kurz alle, alle. Äh, und dann ihn noch. Au, nee, oh, da müssen wir doch noch mal mit jemandem anders angreifen. Okay, können wir jetzt zur unteren Ebene. Hatten wir irgendwo eine Tür? Ich weiß es gar nicht mehr. Da unten. Da unten. Nee, das ist... Das ist nur das hier. Das war es definitiv dann nicht. Ah, können wir kaputt machen. Bleibt wirklich beim kaputt machen. Können wir hier runter? Nee. Das ist auch nur wieder Krabbe. Hä? Aber... Müssen wir da... Nee, da müssen wir nicht hin. Warte. Ich weiß nicht, wo wir da hin müssen, aber... Da liegt auf jeden Fall, was das will ich haben. Wieso wir das nicht geholt haben? Weiß ich zwar nicht, aber egal. Da wird doch kämpfen, hm? Da liegt auch wieder was rum. So, Gatling, let's go. Oh, Gatling, let's go. Oh, nur viel Bluse. Aber das können wir gleich... Da auch gleich wieder beheben. Wir müssen nur... Chopper an die Reihe lassen. Wer kriegt das hin? Äh, warte, wir nehmen das mal, Chopper. Warte mal, genau. Oh, Luffy blutet. Müssen wir mal kurz richten. Aber natürlich doch. So, lebt noch kurz einer. Da hinten noch, ne? Oh je, warte mal. Ich glaube, vielleicht sollten wir dich mal austauschen. So, genau. Da reicht vielleicht noch eure Angriffe. Mal gucken. Oh ja. Oh, krass. Oh, Zorro, du bist voll stark. Cool. Cool. Hey, ich habe mich verloren, Sanji. Oh, bitte. Ich werde auch was Leckeres von Sanji essen. Nur, dass wir diesmal gemeinsam dagegen kämpfen und nicht nur er allein. Warte, hier irgendwo? Keine Ahnung, ey. Da liegt aber was rum. Das war ne Maus, aber warte, die hat uns nicht gesehen. Ich ignoriere ihn mal. Gegen den da können wir kämpfen, komm. Hallo? Er hat uns nicht mal gesehen. Er hat uns nicht mal gesehen. Ha. Voll weggekloppt. Okay, warte. Du machst erstmal das, weil's zwei sind. Und Zoro hat dann gleich ein Schwert-Duell. Oh, nee, schon wieder. Nein, warum blutet der? Why so? Warte mal, Onigiri. Warte, darauf bringt. Ich will mal wieder Onigiri machen. Ich vermisse das voll. Muss ich unbedingt mal machen. Sobald ich mal wieder, sobald ich wieder Zeit hab. Warte, wer hat geblutet? Wer blutet denn? Irgendwer blutet doch. Ach, Nuffi, seh ich doch gerade. Gut, warte. Erstmal bin ich jetzt tatsächlich gerade voll ungeilerweise jetzt im Dezember. Also, äh, für YouTube, die Folge ist im Dezember aufgezeichnet. Ähm. No! So, äh. Übelst den Workload für die Uni. Es ist so ätzend. Es ist so ätzend, aber. Ja, komm, muss halt sein, ne? Und da muss auch mal hin und wieder ein bisschen Abwechslung sein. Und da kommt mir das ganz recht, dass ich immer mal ein bisschen spiele. So, warte, hier warte mal hoch. Und dann will ich da gleich hoch. Und dann will ich da gleich hoch. Okay. Na gut, Zoro, Zoro macht das. Wer kriegt das hin? Äh, gegen Graf, ich versuch trotzdem mal. Och, komm, wir haben noch genug Espirasol jetzt. Wir hätten den mit einem normalen Angriff sowieso nicht besiegt. Dann lieber einen super Angriff. Okay, warte. Wir machen dazu Maki. Cool geschafft. Okay. Ja, gut, wir sind schwach gegen den, ne? Das ist nicht so gut. Aber. Dann ändern wir halt kurz die Kampfcrew. Und hol mal Lissab rein. Ja, komm, let's go. Gummibändchen. Och, was ich liebe das. Mit dem Gummibändchen gekillt. Wie gut, einfach. So, wir können gegen den tatsächlich sogar nochmal angreifen. Let's go. Sanji Blute, kann das sein? Mit jedenfalls der Zustandsveränderung. Ein Glück, ist der Kampf, der Kampf ist vorbei. Ja. Ja, das wär's, der Chopper. Ah, Chopper ist so cute. Chopper ist einfach so cute. Doch, ich muss jetzt wieder hoch. Oder? Doch, stimmt, wir waren hier oben. Ich erinnere mich. Na klar. Hm. Die Tür war ja zu. Und jetzt haben wir den Schlüssel bekommen. Jetzt erinnert mich das auch in den Speicherpunkt. Das ist gut. Dann machen wir jetzt mal die zwei, die zwei beiden da fertig. Und dann können wir speichern. Hallihallöchen. Und dann damit nochmal alle heilen. Ich würde gerne auf beide angreifen. So, ja, zumindest das schwach geht Gummibändchen. Machen wir halt das. Ja, ja, er geht direkt an. Autsch. Oku, äh, ich versteh das manchmal nicht. Warum ziehen die denn ihm manchmal nur eins ab? Ich, ich, ich raff das wirklich nicht. Stimmt irgendwann, was ich ihm ausgerüstet hab oder so. Ah, ok, wir haben einen ebenbürtig Gegner. Let's go, Onigiri. Naja, nee, so ebenbürtig. Ah, was sag ich denn da? Ebenbürtig Verzockung? Never. Aber wir haben einen, einen Gegner mit Schwert. Dann, den nehmen wir ernst. So, ne? Okay. Ähm, dann nochmal Onigiri. Dann müsste der eigentlich besiegt sein. Weil wir ihn vorhin schon über die Hälfte abgezogen haben. Yep. Perfekt. Ich tausche mir jetzt mal aus. Die sind Schwertkämpfer. Das heißt, wir brauchen... Aber da sind wir doch richtig. Kraft sind das. Aber die haben auch Schwerter. Und die haben nur mehr Kraft. Dann brauchen wir natürlich hier sowas. Die perfekte Attacke. Ha. Geht nur leider nur... Geht leider nur gegen einen. Ja, komm, wir sammeln erst noch ein paar SP. Gerade weil ich auch heilen muss. Okay. Jetzt keiner mehr. Okay, hat man doch schon gekrobt. Das Polnog läuft davor. Es beschreibt den Standort der artigen Waffe Pluton. Und das war die ganze Zeit über Krogerals Vorhaltszählen. Okay, das haben wir schon gelesen. Bereit? Ich öffne die Tür. Ja! Die schnappen wir uns, Krokodil! Oh. Sagst du, wir haben jetzt eine Sequenz. Oh, und Ember ist weit gegen Krokodil. Der ist gar nicht da. Oh, haben wir ihn automatisch in der Truppe? Oder hatten wir ihn vorhin schon in der Truppe? Oh, ich bin ein Mensch. Oh, ich bin jetzt. Oh, ich bin jetzt. Wenn hier wirklich ein Land ist, wird das Vivi-Waffe sein können. Das ist das Grund? Das ist das Grund? Was für andere Menschen? Das Land ist das, die Frau, das Verteilige, die Sie haben keine Konsequen. Bibi ist nicht mehr, oder? Bibi ist, dass man die Menschen zu sterben hat. Er ist, dass man sich, die Menschen zu sterben hat. Wenn man sich dann sterben, dann sterben! Sie werden sich nicht verletzen! Ich weiß nicht, was ich. Das ist, dass ich mich nicht verletzen kann. Sie werden nicht verletzen! Sie sind nicht verletzen! Sie werden nicht verletzen! Sie werden nicht verletzen! Das glaubst du auch, nur du. So, wir haben sehr viel SP. Das ist perfekt. Und der macht direkt eine super Attacke. Verdammt. Äh, also es ist mit dem Sandsturm da hinten. Ähm, weißt du was? Wir nehmen dich mal raus. Ich würde tatsächlich gerne ihn drin haben. Und wir werden mal was auf den schmeißen. Warte mal. Und zwar das hier. Warte. Ob das was bringt, wenn wir auf Feuer stellen, ob wir ihn damit blenden können? Keine Ahnung, was das gebracht hat, aber egal. Was? 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 Verteidigung kann kleiner werden. Kann ich gerne den Sandsturm machen, okay? Okay. Das sind einfach Gegner mit. Oha. Der Sandsturm kann angreifen. Alter, was? Ach. Okay. Hm. Der Sandsturm ist schwach, äh, äh, stark gegen uns. Was? Äh. Dann nehmen wir doch Robin. Obwohl Robin schwach ist. Warte mal. Zorro ist halt stärker. Zorro ist halt stärker. Jetzt da schneide mal den Sandsturm. Jetzt sieht nicht so sehr viel aus, ne? Okay. Ähm. Der Sandsturm ist halt frei, ne? Ich werde mal nochmal... ...inserfett... Oder das? Das hier nochmal? Oder was? Oder was? Oder wie? Ich weiß leider nicht, wofür Mumm da ist. Oh. 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 Das war cool. Das war cool. Leider müssen wir erstmal mit ihm sammeln, ne? Da kann der SP mehr, ne? Der Junge. Wir könnten aber auch einfach was essen, was die SP mitteilt. Machen wir das. Sehr gut. Das kann ja mit normalen Angriff schaffen, oder? Ja, der erste ist aufgelöst. Ich habe das Gefühl, dass die Gumm-Gumm-Pistole gar nicht mal so viel stärker ist, was für unseren normalen Angriff, oder? Kann das sein? Wirkt zumindest grad so. Ähm. Wir müssen das da angreifen. Also wenigstens ist er nicht wirklich stark, der Sandsturm. So, warte. Ich wollte... unseren Käpt'n heilen. Ganz, ganz dringend. Sehr gut. Ah, warte mal. Das geht aber auf alle. Ich glaube, die Pulverkugel reicht dann. Wir sind nicht wirklich stark gegen den, ne? Ja, na klar ist der stark. Er ist der Endboss dieses Dungeons. Dieser Welt, sozusagen. Oh, was das cool ist. Oh, Alter. Das war stark. Was war denn da fertig? Warte, wir... Ja, alles gut, Choppy. Wir werden einfach alle jetzt was essen. Warte mal. Genau. Alle ab in den. Let's go. Danke, Choppy! Ja! Ich zeige euch das! Hm. Leider bringt das mit denen nicht so sehr viel... Ähm. Dann schmeißen wir Sachen auf ihn. Zum Beispiel so ein zerfetztes... Äh, hier. So ein schäbiges Bällchen müssen wir neu werfen. Der hat, glaube ich, schon wieder einen starken angehört. Ja, der ist nämlich trotzdem noch extrem stark, ne? Der ist nämlich trotzdem noch extrem stark, ne? Der spürt sich gegen gar nicht so schwach, übrigens, ne? Der spürt sich gegen gar nicht so schwach, ne? Der war auf erst zu Beginn gegen alles schwach, dann auf einmal.. Und dann nur noch gegen die Pistole, jetzt ging gar nichts mehr. Das ist spannend. Oh. Ineffektiv. Okay, wie kriegen wir denn... Okay. Wie machen wir denn das? Wir können es probieren, aber das ist doch bestimmt alles ineffektiv jetzt gegen den, oder? Damit konnten wir ihn treffen. Wir müssen erst mal auf die Schiene hier gehen. So, let's go. Schauen wir mal, ob das was wird. Oh, wow, das hat ordentlich was abgezogen. Das Nami in Ruhe. Ist bei dir kaputt. So. Ist der Pistole gekillt, weil er Nami angegriffen hat. Hat er verdient. Oh, Alter. Die Erfahrungspunkte. Natürlich hätte ich das nicht gedacht. Ja. Okay. 46.000 Erfahrungspunkte. Krass. Kann man nur, dass wir als alle... Es geht jetzt alle Level da. 100% pro. Für sie ist das gut. Ich glaube, die hat jetzt in ein oder zwei Level übersprungen gerade. Äh. Ja. Aber was auch mal der Level abkiger. Okay, das hat jetzt irgendwas mit dem mit dem Dingensie zu tun. Also, das hat 100% Wasser damit zu kriegen, dass das eine Erinnerung ist. Nochmal kämpfen, oh Gott. Ja, aber selbst wenn das echte Plätze wären, sollten die uns eigentlich nichts anhaben können. Der ist halt jetzt echt stark. Ich werde das mit dir kurz auch mal machen. Da müssen wir jetzt mit Strategie irgendwie rangehen. Ich um Strategie, oh mein Gott. Okay, wir brauchen unbedingt, wir brauchen einen Chopper. Wir brauchen einen Chopper. So, alles klar. Das hat auf einmal ziemlich wenig abgezogen gerade. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir gerade wieder abgegangen sind. Oh shit. Das ist gerade wieder jetzt auch passieren. Oh, ein Glück haben wir seinen Angriff verringert. Nein, Chopper! Das erledigen wir gleich, oder? Das ist ganz gut, dass wir ihn nicht mehr treffen können gerade. Kann das sein, dass er darauf kontert? Jetzt bluten wir alle, ganz toll. Aber... Ja, ja. Haben wir was, was bluten, ähm, also auf alle heilt? Heilt Blutung, aber eben nur auf einen. Ich glaube, sowas haben wir nicht, sowas zumindest noch nicht. Äh, aber dann kannst du das trotzdem sowas hier mal essen. Und Chopper kann mal kurz sich selbst sein. Ob das was bringt, die Pulverkugel? Aber sehr wenig. Chopper! Ey, lass schau mal in Ruhe. Ja, er blutet halt auch, ne? Ich versuche mal einen normalen Angriff. Was hat jetzt funktioniert? Ich würde mal... Ich würde mich jetzt eigentlich gerne gerade von Superattacken absehen, weil ich nicht weiß, wann er dem mal ausweicht. Und das wäre schade um DSP. Können wir dann lieber erstmal jetzt gerade sammeln? Dann können wir vielleicht noch mal Superattacken machen. Widerstand. Er hat Widerstand gegen... Er hat gegen nicht... So, der... Nochmal, so ein Quatsch. Der Rauchstein hat auch keinen Widerstand. Mach mal den. Es zieht eh nicht viel ab, aber vielleicht ist er ja ein bisschen blind. Wahrscheinlich nicht, aber... Dann nehmen wir, glaube ich... Das ist doch mal raus, würde ich sagen. So. Kann dann wir ein bisschen sammeln. Auch vor allen Dingen mit Chopper. Was hat er? Was ist er? Tempo. Also das gleiche wie wir. Dann wäre ja eigentlich Kraft gut. Wir haben ja leider keine andere Kraft mehr. Versuch mal, ob sie stärker ist, ein bisschen. Oh Gott, nee. Das zieht ja so gut wie nichts ab. Okay, müssen wir uns mal eben kurz heilen. Und alle bluten sie wieder. Oh shit. Ah, fast alle. Ach, warte mal. Hm. Was mach ich denn da? Er muss sich halt selbst auch mal heilen. Er höht ein bisschen lang den Angriff um 10%. Und machen wir das mal. Nein, mach das nicht immer. Das nervt. Und die bluten eh schon, die beiden. Wir müssen halt erst mal heilen. Oh, das ist halt ja gar nichts. Oh, wieso? Ah, sehe ich jetzt übrigens gerade, weil ich mich schon gewundert habe, was das hier ist. Wir müssen ihn auf jeden Fall mit Luffy besiegen. Äh, warte mal. Wir müssen ihm auch was zu essen geben. Ganz, ganz dringend. Irgendwas, was ihn vielleicht auch stärker macht. Haben wir noch was anderes? Was halt alle Verbündeten... Mal die Verteidigung, mal die Verteidigung, mal im Angriff. Ey, mal, was ist das? Wir essen das mal. Wir müssen unbedingt den Chopper noch heilen. Irgendwie. Jetzt blutet der. Oh Mann, ist mir jetzt gerade scheißegal. Ist mir jetzt gerade sowas von egal. Wir können uns nicht ständig von dem Bluten heilen. Da ziehen wir mir gar nichts mehr ab. Wir müssen ihn doch wieder innen reinnehmen. Der kann sich nicht heilen. Arrg. Wir nehmen ihn mal raus. Ah, dann müssen wir doch wieder ihn reinnehmen. So, da ging eigentlich gegen alles Widerstand. Außer gegen die schwachen Sachen, ne? Den doofen Hammer? Nee, ist ein normaler. Das sah jetzt gut aus. Hä? Hä, ist einfach gewünscht die Attacke. Das ist mir doch gar nicht aufgefallen, dass wir die können. Ich mache mal Rage-Tempo auf Sanji. Weil er gerade am wenigsten LP hat. Oha, aber er lebt noch. Das kriegen wir mit Luffy jetzt hin. Oh, warte. Ja, Luffy blutet, das macht nichts. Das macht jetzt tatsächlich immer gar nichts. Ja, heilen aber mal vor die Cyber. Weißt du nicht, oder wo sind die? Hier. So, pass auf. Let's go mit der Bazooka. Raus mit denen. Naja. Er liegt bloß. Ich hab da eigentlich. Ich hätte mir den voll wegschleudern müssen. Aber egal. Und? Es gibt nochmal 27.000. Warum? Vorhin haben wir mehr bekommen. Ja, sie werden den Mantel von ihm cool. Und? Ja. Ich bin der Kugel, der Kugel, der ich nicht weiß. Ich bin der Kugel, der Kugel! Der Schuss, Dessert! Der Schuss! Dessert! Stab! Der Schuss! Dessert! Woh! Ich habe gesagt, dass du dich überrascht hast. Ich werde dich überrascht. Oh, schön schön. Kumkum Storm haben wir jetzt gelernt. Geilo, verlorene Kraft wieder erlangt. Äh, äh, genau. Verlorene Kräfte wieder erlangt. Du kannst neue Fähigkeiten ansetzen und erlernte verbessern. Juhu! Werden das auch noch? Nee, nee, nur er jetzt. Hloba in何かが落ちてくる. それは ルフィに敗れた クロコダイルだった. 突然の出来事に 戦乱が止まる. 同時に降り始めた雨に 戦場の殺気が薄まっていく. 戦いを やめてください! ついに ビビの叫びが彼らに届く. 人々を救おうと 必死に抗う王女の声が. 今降っている雨は 昔のように また降ります. 悪夢はすべて 終わりましたから. 武器を捨てる 両軍の兵士 麦わらの一部に救出された 国王コブラも姿を現し 民衆に終戦を宣言する. こうして アラバスタの内戦は終結した. 王女と共に 命を懸けた海賊たちの 戦いは 誰も知らない. 男女も 家前と 戦い旧 それが im japanischen und auch in anderen Sprachen. Die müssen dann übelst heißer gewesen sein, die Armen. Oh Gott. Als ob Luffy das verpassen würde. Natürlich sind wir bis Abend wieder zurück. Ist ja klar. Was sollen wir da Leute jetzt finden? Ich suche Habana. Okay. Okay. Das wissen wir nicht. Wir müssen also... Vielleicht sind die in der Bar da unten. Also da ist ein bisschen Zorro. Nehme ich mal ganz stark an. Da muss aber auch eine Bar... Wir durchsuchen mal ein bisschen. Wir können übrigens jetzt auch wieder Zeug aufnehmen. Oder auch nicht. Das ist einfach nur wieder respawnd. Aber drin ist nichts. Für niemand kann Vergangenes ungeschehen machen. Wir müssen diesen Krieg hinter uns lassen und für die Zukunft leben. Wir müssen uns an König Kobras Worte erinnern und unser Bestes geben. Ja. Wir müssen dafür sorgen, dass Arnavasta besser wird als je zuvor. Warte mal. Irgendwer der hier... Besuchst du noch deiner Crew? Eine ist zum Grabmal der Könige. Äh... Die anderen sind die Treppe runter in die Schacht gegangen. Dann gehen wir einfach zum Grabmal. Das ist doch bestimmt Robin, die da jetzt hin ist. Würde ich jetzt mal stark vermuten. Also dann ist... Dann gehe ich mal davon aus, dass hier Zorro wahrscheinlich hier unten irgendwo in der Bar ist. Eventuell. Was ist mit ihr? Vor dem Grabmal der Könige habe ich eine Frau mit schwarzem Haar gesehen. Sie war wunderschön. Robin. Habe ich doch gesagt, dass das Robin ist, die da hingegangen ist, 100%? Das war jetzt irgendwie zu erwarten. Machst du mal alles kaputt. Aus Prinzip. Äh... Gut, da hinten... Zeige ich gerade, dafür bräuchte ich mal Lysop. Den haben wir natürlich gerade nicht im Team. Vielleicht doch wir dem Zeug finden, ne? Also in manchen ist wieder was drin. Deswegen schaue ich mich ruhig mal noch mal ein bisschen um. Aber... Doch, hier ist noch eine. Aber nichts drin. Warte. Achso, wieder das. Cute. Ist sie reingegangen? Ach nee, hier steht sie. Also... Okay. Sie kommt nicht mehr. Gut. Wahrscheinlich sollen wir einfach mal alle ansprechen. Dass sie zum Palast zurückkommen. Dann geht's runter in die Stadt. Hui. Hui. Ich würde gerade doppelsprungen können. Das wäre cool. So wie Super Mario. so... 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 Da liegt was. Das nehmen wir mit. Da liegt noch was. Haben wir. Okay. Warte mal, lass uns noch eine Kiste lieber Hut machen können. Aber nichts drin. Okay. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ach, da hinten. Ich habe mich halt jetzt umgeguckt. Hier habe ich jetzt auch nicht bemerkt. Aber danke für den Hinweis. Sprechen wir gleich mit den beiden da. Oh ja, cool. Die beiden sind in die Truppe rein. Okay. Dann können wir wieder so Nester sehen, die mit mit Leserb runterhauen. Naja, komm, stimmt. Da hat er schon recht. Ich meine, ich darf wieder aufbauen. Ja. Hauptsache aber der ganze Spuk ist vorbei. Das ist das Wichtige dahinter. Da ist jemand, der uns weiterhelfen kann. Ich habe jemanden gesehen, der da vorne mehrere Frauen angegraben hat. Das war auf keinen Fall ein Einheimischer. Ach, Sanji. Ach, Sanji. Wie wir ihn kennen und lieben. Wo ist er denn? Also da sind... Ah, da. Da macht er sich gerade an die Mädels an. Ich will nur kurz, ob wir was mitnehmen können. Was? Wo ist denn hier? Hey, du bist besser, nicht wahr? Sofort. Ich will nur gucken, ob man hier was kriegen kann nochmal. Geht ja. Ah, nee, nee, nee. Okay. Ich will da runterspringen. Aber wieso geht das denn das nicht? Wieso können wir da nicht runterspringen? So hoch ist doch das Fluffy nicht. Mensch, der ist aus Gummi. Der federt... Der federt das ab. So, der federt sich ab. Oder so. Was auch immer. Haha. Aha. Ähm, die, 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 die schienen ihm aber nicht ganz abgeneigt gewesen zu sein, ha? Oh Gott. Die sieht aber nicht so jung aus wie die anderen. Sei nicht traurig. Wie konnte er uns nur zurücklassen? Wo ist der Nachtisch, den er uns versprochen hat? Du hast so einen süßen Zahn. So einen süßen Zahn. Okay. Ähm. Das ist ein bisschen Kontext nötig. Süßer Zahn. Also bedeutet einfach, äh... Eigentlich, dass er sehr gern Süßes isst. Also, oder sie. Sie hat wahrscheinlich eine Freundin von sich gemeint. Oh ja. Okay. So, wem müssen wir jetzt auch? Nami und, äh, äh, Zorro, ne? Reise zu finden. Die müssen ja irgendwo sich auch noch verstecken. Wie gesagt, Zorro ist hundertprointerbar. Er ist sowas von wunderbar. Da seh' ich ihn einfach. So. Hier kann er... Oh, gut. Können wir ein bisschen was bauen später. Ich war total überrascht, als ich meine Kinder abholen wollte. Die sind sowas von groß geworden, während ich weg war. Ich war drei Jahre bei der Rebellenarmee. Ich muss die verlorene Zeit mit meiner Frau und den Kindern wieder gut machen. Ja, das ist wahr. Als, äh, die Hochstapler mit den Blinderungen angefangen haben, wusste ich nicht, was ich machen sollte. Aber ich bin froh, dass sich die königliche Armee gerettet hat. Äh, oder mich. Ja, und einigen aus der Rebellenarmee wurde auch klar, was passierte. Und sie halfen mir. Äh, halfen mit. Wir konnten ihnen gar nicht genug dafür danken. Dann erzählt euch mal. Erzählt euch mal. Eure Storys. Oh, du hast was Leckeres gesehen? Wo denn? Wo denn? Hast du es gesehen? Sanji? Wo? Ah. Sehr gut. Nami muss eigentlich irgendwo sein, wo es Geld zu holen gibt. Müssen wir noch weiter runter? Wahrscheinlich, ne? Da ist Nami. Ich denke mir erst mal Nami. Wir müssen garantiert noch weiter runter. Ja, äh, Storys nämlich garantiert. Du sagst, wunderbar. Ich wäre ein bisschen enttäuscht, wäre es nicht so. Oh, Nami hat sich ja bedankt. Wie cute. Wollte offenbar was einkaufen gehen. Cute. Ach, der hätte uns zu Nami geführt. Ich weiß nicht. Hier geht's ganz raus, oder? Aber da ist die Bar. Gerade wird der Schub beseitigt. Daher dürfen nur Arbeiter durch. Ihr könnt schon bald alles nach Herzenslos besichtigen. Unserem Königreich steht eine strahlende Zukunft bevor. Okay, dann ist er offenbar nicht in der Bar. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich hätte jetzt erwartet, Zorro ist in der Bar zu finden. So, auf eine Truhe. Weil hier drin ist. Kann man jetzt eigentlich auch wieder einkaufen? Ah, nee, da kann man nicht laufen. Man könnte. Was? Was? Mein Laden hat nichts abbekommen. Er soll dort in der kündiglichen Armee ihn mit 10 und 10 beteiligt haben. Ich möchte ihnen danken. Bin mir aber nicht ganz sicher, was ich ihnen schenken soll. Okay. Wir dürfen also nichts kaufen. Oh, warte mal. Da können wir was mitnehmen. Ein geklünktes Rollen. Echt, wir müssen da wirklich rüber noch? Kommt doch das weg. So, ist hier oben? Why so? Er hat sich verlaufen, wa? Er hat sich verlaufen. Ich bin mir sicher, er hat die Bar gesucht. Ich bin mir sicher, er hat die Bar gesucht. Ich bin mir sicher, er hat die Bar gesucht. Ich bin mir sicher, er hat die Bar gesucht. Ich bin mir sicher, er hat die Bar gesucht. Ich bin mir sicher, er hat die Bar gesucht. Ich bin mir sicher, er hat die Bar gesucht. Ich bin mir sicher, er hat die Bar gesucht. Ich bin mir sicher, er hat die Bar gesucht, er hat die Bar gesucht. Ich habe das irgendwie raus, transferieren aus dem Game. Dass ich das aufhaben kann. Ich wäre ihm sehr dankbar. Hallo, Lego! Herzlich willkommen! Schön, dass du da bist! Wie geht's dir denn heute? So, erst wieder was gefunden, das nehmen wir mit. Was? Was? Irgendwas in der Stadt ist komisch. Hä? Einfach eine... Gut geht's dir. Das freut mich zu lesen. Warte mal, hier haben wir noch eine Eisenkiste. Morgen Biologie-Test. Boah, oh Gott. Und, hast du gelernt? Ein bisschen wenigstens? Biologie-Test. Worum geht's denn im Test? Wenn morgen der Test ist, dann weißt du ja bestimmt auch schon, worum es geht. Weil du hast ja sicherlich gelernt. Bei ihm sollen wir jetzt hin, ne? Ich spreche erst mal. Pilze, Mose, Fahne. Okay, krass. Ja, da gut, klar. Ist ja alles Biologie, ne? Oha. Ich hab Biologie seit der Kursstufe nicht mehr gehabt. Ich hab keine Ahnung mehr, wie so Tests in Biologie aufgebaut sind. Wahrscheinlich irgendwie sowas wie benennen und irgendwie Eigenschaften oder sowas aufzählen, benennen oder irgendwie was, ne? Und das Bankett beginnt. Bitte kommt schnell rein. Ah, so ne Fah, okay. Ich will nicht überspringen. Oh. Ah, Lufi. Ich glaub, er ist, er ist glücklich. Lufi ist glücklich. Lufi ist glücklich. Ich glaube, ich bin glücklich. Aber ich will nicht letzte Mal. Euer ein Gefühl, dasselbe ich nicht glücklich ist. Hey, meinst du, isst ich an mir? Wie, wenn du so? Wenn du so, kannst du dir deinem Antwort geben. Nami-san. Ah, tatsächlich... äh... Seid ihr eigentlich nicht? Wie soll ich das mit den anderen? Du bist ein sehr wichtiger Mensch, oder? Ja, ein sehr wichtiger Freund. Das ist das Problem. Ich möchte mich um Vivi zu dem Gefühl. Wenn du jetzt mit dir bist, dann ist das gut. Du denkst, dass du ein bisschen mehr in den Gedanken hast. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist einfach Zorro. Es ist nur Zorro. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass er nicht in der Bar ist, aber es macht überhaupt wieder Sinn, dass er nicht in der Bar war, weil er sich verlaubt hat. Oh, schön. So. Topper, nein! Das ist eine Erinnerung. Bibi wird auch jetzt nicht mitkommen. Nein! Nein! So, ja. Ich möchte mich, aber hier ist die Welt der Erinnerung. Es ist nicht schlecht, aber ich glaube, dass die Antwort nicht verändert werden kann. Aber wenn ich das gleiche Antwort habe, Bibi-chan ist die Antwort aufzunehmen. Ich werde es sicher, Luffy. Okay, Luffy. Okay. Kennen wir dich. Ach, Luffy. Wenn ich mir den Palast so anschaue, ist er ja gerade so riesig. Hier ist Vivi aufgewachsen. Das war was ganz anderes als meine Kindheit in einem kleinen Dorf. Das ist doch egal, mit welchem Status oder welchen Privilegien sie auch immer geboren wurde. Vivi ist eine von uns. Ja, du hast recht. Oder da hast du recht. So. Können wir doch eigentlich hier mitgehen, oder? Warte mal. Wie geht denn das nochmal? Wie funktioniert das? Keine Ahnung. Ich hoffe, wir müssen normal gehen. Kann das sein? Ja, ach so, weil dann noch... Ach so. Weil wir noch was triggern. Deswegen. Also, ich habe mir gedacht, Oh... Ich habe nicht gedacht, dass ich ein Krieg sein kann. Ich habe nicht gedacht, dass ich ein Mensch sein kann. Wenn ich mich überrasse, dann kann ich es nicht mehr so sein. Ich habe nicht gedacht, dass ich ein König sein kann. Auch wenn es um den Krieg ist, ist es noch eine große Zeit. Ich habe früher mal Firefox benutzt oder auch tatsächlich Google Chrome, aber irgendwie seit, seit ich jetzt einen neuen Computer habe, nur noch das vorinstallierte tatsächlich. Wieso fragst du? Welchen Browser benutzt du denn, Lego? Ne, Karu, wie war es denn? Oh, wie cool? Das ist alles, was jetzt passiert ist! Das ist das Begründnis der Begründung! Dann gehen wir los! Los geht's! Und den Karabaster! Wir sind jetzt! Ah, Luffy! Geil! Das war gut! Das ist alles für die Begründung. Warte, was? Opera Browser GX? Ah, okay. Opera habe ich... Irgendwann habe ich Opera auch mal benutzt! Irgendwann! Oh! Aber den habe ich nicht lange benutzt. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie hat der bei mir nur rumgebackt. Ich weiß auch nicht, aber... Das war schon her. Das war schon gefühlt ewig her. So, warum ist Lim da oben? Warum ist sie nicht mitgekommen? Sie hat sich gerade die Erinnerung angeguckt, ne? Das war so cool! Wir hatten eine Erinnerung, die nicht gezeichnet war! Nice! Strohhütte verlassen Habana und gehen nach Nanohana, wo die Flying Lamb auf sie wartet. Ja, wo sind wir jetzt? Sind wir in Nanohana? Wir sind schon in Nanohana. Das ging jetzt aber schnell. Okay. Ah, wenn du noch ein bisschen Zeug mit, wenn's schon geht, ne? Ah, wenn du noch ein bisschen Zeug mit... ...wenn's schon geht, ne? Kann ich da rüber springen? Wieso können wir nicht hier rüber springen? Mann, ihr springt alle höher, als diese Zäune sind! So. Wieder nochmal hoch. Kannst du da auch hoch springen? Kann er wirklich? Oha! Ich bin beeindruckt von Elissa. Stopp! Was wirklich ging. Kann ich auch irgendwann wieder runterspringen? Natürlich geht das nicht. Es war so klar. Es geht nur an den dafür vorgesehenen Stellen, die aus Holz sind. Oh ja, cool. Das, okay. Da pennt einer. Okay, alles klar. Da war noch was. Jetzt hauen wir bei Nacht und Nebel einfach ab. Achso. Was? Dann... Dann gehört das hier wem anders. Hier stehen... Hey, hier steht 3 Millionen Berry. Das ist eine Null zu wenig. Ah, okay. Okay. Stimmt, war er eigentlich 30 Milliliter wert? Zu der Zeit schon? Ich glaube... ... ... ... Ach, Nami. Ah, war das hier oben? Ich habe übrigens schon wieder vollkopf vergessen. Irgendwo gab es hier ein oder zwei Kisten, die wir noch nicht öffnen konnten. Die wir später erst irgendwann öffnen können. Ich habe keine Ahnung mehr, wo die wir waren. So. Dann war da runter. Was? Äh. Aber der oberer Browser GX ist ja cool. Was ist denn an dem anders, als an dem normalen Browser? Also GX ist wahrscheinlich einfach schon, dass der überarbeitet wurde. Was ist denn an dem anders, als an dem einfachen Opera-Browser? Oh, hier können wir ganz viel aufnehmen. Also wenn ich das Zeug aufnehme. Ja, wir sammeln Muscheln. Juhu. Das ist nichts mehr. Okay. Einmal ist es wieder Tag. Das ging jetzt aber schnell. Äh, das war das. Äh, sein muss man rufen kann. Ah, okay. Das ist eine Erinnerung, Luffy. Das ist nur eine Erinnerung. Sie kommt nicht mit. Das ist eine Erinnerung. Ich bin, ich bin hier. Ich bin, ich bin, aber ich bin hier. Wenn ich wiederhüribe, dann wird es noch ein Freund geben. Ich kann mich noch einmal sagen. dieses überaus epische Bild auf was können wir jetzt rumlaufen? ok so warte aber klar du kannst gerne mal natürlich gerne mal einen Screenshot machen oder schick's ruhig mal auf Discord dann kann ich mir auch mal ein Bild davon machen mit ihr müssen wir dann reden wir können aber erst mit allen anderen reden können wir auch oh nein ich will mich auf der Going Merry umgucken wieso geht das nicht? oh das ist ja blöd was ist mit dir Luffy? ich habe das Gefühl dass ich meine verlorenen Kräfte zurückbekommen habe nachdem wir das Problem in Alabaster gelöst haben ich war mir erst nicht sicher wie das alles laufen würde aber wir konnten Vivi wiedersehen das war ein gutes Abenteuer Mann die Erinnerung nochmal zu erleben ist genauso anstrengend wie es damals im echten Leben war es war kein Zuckerschlecken aber ich bin froh dass ich Karu wieder gesehen habe oder hab eine Reise durch Erinnerungen vielleicht ist es auch gar nicht so schön okay Vivi ist genauso optimistisch wie immer ich bin froh dass wir sie wieder gesehen haben bist du hier fertig? äh ich denke schon wir können eh nichts machen so oder? gut sag Bescheid wenn du zurückwählen willst aber wir können doch hier gar nichts machen oder? wir sind ja halt auf See wir können auch hier nicht hochgehen mit Eiferwand wir können nicht springen das heißt wir kommen auch nicht hier drauf da können wir gehen wir haben alle angesprochen okay okay ja so そこに 和になって並んで なんなんだよ リム 黙って 手をつないで Ich bin der Mann, der ist so süß. Verdammt, er hat wieder Wimpern. Ich liebe das. So cute. Das ist ein Discord. Okay, alles klar. Gucke ich mir später mal an. Ah, wir sind wieder zurück. Das war es wert, um meine liebe Vivi wiederzusehen. Wir müssen weitermachen, obwohl wir es vorher gewusst hatten. Wir mussten weitermachen. Man weiß nicht, was passieren wird. Meinst du, wir sind jetzt ein bisschen stärker? Aber na klar, kleiner, cuter Chopper. Es war nicht einfach so, wie in unserer Erinnerung, wie Lim es gesagt hat. Meine Bewegungen fühlen sich langsam wieder geschmeidiger an. Das ist also die zurückkehrende Kraft, von der Lim gesprochen hat. Hallöchen, Elvie, und viel Spaß im Lurk! Herzlich willkommen! Okay. Okay. Ach, sie spricht jetzt. Der Name Warford wurde vor 200 Jahren zum ersten Mal in der Geschichte erwähnt. Die Reliefs im Grab mal der Könige in Alabasta bestätigen seine Existenz. Was ist denn so? Wenn man sich aber diese Insel ansieht, gab es diese Orte schon davor? Was ist vor 200 Jahren auf der Insel passiert? Keine Ahnung. Eventuell werden wir das herausfinden. Das ist im Mod-Menü des Fast-Unendlich-Möglichkeiten, um den Opera-Browser-Jax zu designen. Das ist sehr interessant. Über die Piraten. Ein seltsamer Pirat taucht auf? Was ist ein Freund? Was ist das? Es ist schon eine Weile her, dass hier Piraten aufgetaucht sind. Die sind so schräg mit ihrer komischen Kleidung und den blöden Geschichten. Auch wenn sie jetzt gerade ruhig sind, Piraten sind von Natur aus feindselig. Ich will sie so schnell wie möglich vertreiben. Aber Adio hat Nein gesagt. Die können auf keinen Fall gut für Warford sein. Ist das von ihr? Ein Tagebuch oder was? Ich habe ein Wüstenkönigreich namens Alabasta besucht. Sie haben gegen einen gefährlichen Feind gekämpft, um ihrer alten Freundin der Prinzessin zu helfen. Um ihr zu helfen. Aber was bedeutet es, ihr zu helfen? Nur weil sie eine Freundin ist? Was bedeutet eine Ihnen Freundschaft? Okay. Der Würfel wurde absorbiert und die Stärke der Strohhütte ist zurückgekehrt. Cool. Gear 2. Gum Gum Jet Pistole. Gum Gum Jet Bazooka. Alter cool. Das ist ein schöner Dämon der schlaflosen Nacht. Was sind das für Attacken? Cool. Mirage Tempo, Frater Morgana, Thunder Lands Tempo. Sonnenblumenstern. Ich will Sonnenblumenstern mal machen. Party Table Kick Kurs. Party Table. Perfekt. Jetzt kann er glaube ich auch mehrere angreifen. Hehlung 1 Bereich. Also oh, den ganzen Bereich heilen. Das ist cool. Monster Point Pflege in einem ganzen Bereich. Was ist denn das? Das Häkchen. Verschmelzen bei ihr. Das hat kein anderer. Das sind nur Angriffe. Das ist sowas anderes. Verschmelzen kann sie jetzt. Cier Fleur Delfinium. Das müsste auch auf mehrere gehen. Procenta Fleur. Quatro Manos. Schock. Ah, cool. Nice. Huch. Ja. Da ja! Ah! Ah! Hier nicht mehr! Dann hat er mich nicht mehr dabei gemacht. Ah! Ah! Yah! Ah! Und wenn sie vor der Strecke zurückgekehrt, eine neue Flüchtlinge befestigt werden. Die nächste Frage ist, dass der Flüchtlinge und der Flüchtlinge befestigt werden. Ich kann sie nicht mehr sterben! Was war das? Alle Yui, ich sah Reisepunkte in Alabaster geöffnet. Cool. Kapitel 2 beendet. Trophäe halt. Juhu. Sanji. Alter, das ist so nice. Der Windkoloss und die Staubruinen. Kapitel 3. Das hat wahrscheinlich sehr an ihrer Kraft gezerrt. Nur ein halber Tag? Ich hätte gedacht, dass... Okay. Nur ein halber Tag. Das ist ein bisschen unnachfällig. Ja, genau. Zorro spricht es an. Nur einen halben Tag. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja, okay. Okay, also, ich habe noch ein paar Worte. Ich habe eine große Kube, die in der Küche. Ich habe eine große Kube gefunden. Wenn ich bereit bin, dann gehen. Ich rufe mich auf. Was ist das? Ich habe einen kleinen Häusper. Was? Was ist das denn? Das ist das denn? Ey, komm, obwohl Chopper ist noch cute und niedlich, dem sollte man schon sagen, dass er lieber davon wegbleiben soll. Na, Chopper! Dann bräuchten wir Franky, oder? Naja, Lysop können sie vielleicht auch reparieren, aber Lysop ist mehr so fürs Basteln zuständig. Wir bräuchten Franky. Als ob die davon Bescheid weiß. Wo ist eigentlich sein Body? Oder sein Skelett? Wie süß! Was genau findet ihr denn süß? Oh, warte, ich mach gleich japanisch. Offenbar funktionieren schon wieder nicht die Benachrichtigungen aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund. Ich guck mal kurz nach, ob ich eingeloggt bin, aber eigentlich dachte ich schon. Ich mach gleich. Also hier bin ich ein... Jetzt kam's! Jetzt kam's! Alles klar! Jetzt weiß ich, ich bin ein. Dann mach ich auch gleich. Ach, er hat mich... Ah, ich bin jetzt sicher nicht eingeloggt. Ich guck mich mal ganz kurz auf Streamline. So. Okay, gut. Ich da eingeloggt. Perfekt. Ich guck mich mal ganz kurz. Guri? es wird ich kann es beitragen es ist ein aber er k k aktiv ich was ich habe ich 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 habe habe LIMか? その おロボ to yaつ? 多分? 本当? ありがとうございます しかし 実は 私は長らく時間 勉強していますから それから なかなか 日本語 日本語が話せます 名前はムクチー ムクチー? ムクチー? え? そのロボットのやつは 名前がある? ムクチー 可愛い名前だよ ムクチー どうやって なんかフランキを呼んで フランキを呼んでみよう なんかフランキは確かに Das ist natürliche, dass die Mkutsi der Anwärtschüri ist. Ich glaube, dass die Mkutsi ein bisschen was, aber ich weiß nicht. So,思った Wie plötzlich Rimm hat sich das so etwas übernommen? Fränkiel! Fränkiel ist sicher, dass sie sich lernen, die Stimme und die Sprache zu sagen. Die Sprache, die sich erken. Ja. 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 Ich weiß, dass ich den Weg bin. Ich kann es nicht mehr so ein. Was für einen? Na ni? 2人だけ? Äh? Ehh? Ah! Ah, es ist 4 von drin? Ah, Wobbin! Wobbin, sicher! Jetzt? Was ich? Wofür? 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 Ich habe keine Ahnung. Wofür? Wofür? Wir haben das Roboter gemacht. Super! Ah! Super! Acesario! Nice! Nice! Äh, Accessoires verschmelzen. In Tavernen und im Lager kannst du den Accessoire-Generator benutzen. Verschmelzt 2x2, um einen noch stärker zu kreieren. Das ist super! Heee, gut! Ah, Mist! Ich habe das Accessoire-Generator geschlossen. Mist. Ja, ein bisschen... Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht. 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 Dann kann ich jetzt auch wieder auf Deutsch reden. Ja, auf jeden Fall geil. Ich bin ein bisschen ärgerlich, dass wir natürlich jetzt so viele andere Accessoires verkauft haben, aber ich brauche nur das Geld. Ha! Ich kann jetzt verschmelzen! Voll geil! So, Accessoires müssen über leere Effektplätze verfügen, um verschmelzen zu werden. Ist der Effektplatz eines Accessoires gesperrt? Erhöhe die Stufe von Robins Feldfähigkeit Verschmelzung, um ihn freizuschalten. Triumph! Schön! Warte! Ja, das hast du vorhin schon geschrieben. Vielen lieben Dank dafür! Aber genau, habe ich vorhin auch für Japanisch auch schon gesagt. Ich lerne aber auch schon seit der ganze Weile Japanisch. Von daher kann ich halt schon ein bisschen was sprechen. Aber auch ganz lieb, dass du das gewählt hast von den Channelpunkten, weil so kann ich immer ein bisschen üben, ne? Hm, ich lerne das auch schon für die Ewigkeiten. Na ja, Ewigkeiten nicht, aber na ja doch schon, relativ lange. Von daher... Und studiert habe ich es auch. Ich war ja auch im Austausch in Japan gewesen. Und so... Alles gut, du musst es ja auch nicht verstehen. Das muss ja nicht, das muss ja nicht jeder können. Das ist halt... Ich bin sowieso der Meinung, das wollen immer viel zu viele lernen und geben es dann viel zu früh auf. Und einfach nur weil sie dann sagen können, ich kann Japanisch. Aber es gibt auch so viele andere coole Sprachen, die ich zum Beispiel nicht kann. Also von daher, für mich ist es nunmal halt Japanisch, was ich unbedingt gerne lernen wollte. So. Genau. Also, es gibt drei mögliche Ergebnisse beim Verschmelzen von Accessoires. Fertig, Erfolg und Triumph. Die bei der Verschmelzung übernommenen Statuswerte hängen vom Verschmelzungsergebnis ab. Bei einem Triumph werden doppelt so viele Werte übernommen. Oh. Beim Verschmelzen wird das absorbierte Accessoire verbraucht. Lila Accessoires sind äußerst wertvoll und können nur als Ausgangsaccessoire verwendet werden. Auch wenn Accessoires mit mehreren Effekten absorbiert werden, kann nur einer der ursprünglichen Effekte übernommen werden. Oh, du kannst ein bisschen Spanisch. Das ist so cool. Spanisch kann ich zum Beispiel wieder nicht. Finde ich aber auch cool. Das ist auch eine coole Sprache. So. Effekte aus Verschmelzungen können im Juri-Saladen entfernt werden. Naja. Hey. Das will ich jetzt gleich mal ausprobieren. Rede nach der Party mit Adio. Neues Ziel. Apropos Ziel. Stimmt, wir hatten Ziele fertig, ne? Und wir haben wieder ein Video. Und wir haben wieder ganz viele neue Ziele. Weil wir Crocodile besiegt haben. eyeshadow auf dem Internet. Weil es sind ja. Drei Mal. Drei Mal. Im Grund. Oh, das ist ja. Ich hab mich 같아. Ich hab mich, wie ich hierhin. Ich hab mich. Ich hab mich, den ich im Tren. Ich hab mich. Ich hab mich. Ich hab mich. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin dann wieder, wenn ich noch will, ich bin da noch ein Freund, und wir werden uns ein Freund-Kaure! Die Kajen sind in der Wiener Nachbarn, die Nase sind von Luffy, und die Begrünen die Kaufer zu treffen. Das sind sie von Luffy, und die Kaufer, und die Kaufer aufzumt. Sie haben die Kaufer, als die Kaufer, Wie schön. Äh, Entschuldigung, übrigens, ich bin gerade mit meinem, ähm, Glashalm gegen mein Glas gekommen, deswegen machte das so ein blödes Geräusch. Dann hab ich die, die Stimmung ein bisschen gekillt. 2. 1. 2. 3. 4.